Spieglein, Spieglein, um mich herum. Oder vom konstruktiven Umgang mit eigenen Schwächen. Es gibt in unserem Land einige Millionen Führungskräfte. Richtig erlernt haben das Führen im Prinzip aber die allerwenigsten. Die Kunst des Führens wird weder in der Schule, noch in der Ausbildung, noch im Studium fundiert vermittelt. Das eigene Führungsverhalten basiert also meist lediglich auf Learning by Doing. Dabei prägen und repräsentieren die verschiedenen Führungskräfte mit all ihren Stärken und Schwächen im Führungsverhalten aber maßgeblich ihre Unternehmen. Nehmen wir ein Beispiel. Das ist PETA. PETA ist Führungskraft bei der Erfolgs-AG. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die PETA sehr ernst nimmt. Aber PETA hat dabei ein Problem. Die Mitarbeiter von PETA beschweren sich immer wieder bei seinem Chef darüber, dass er als Vorgesetzter so ein harter Hund sei. Der Chef erklärt PETA daraufhin, dass er dringend an seinem Führungsverhalten arbeiten muss. Sonst hätte das möglicherweise Konsequenzen für seine Karriere. Also macht PETA sich Gedanken darüber, was er an seinem Verhalten ändern kann, um das Image des Hardliners zu verlieren. PETA hat kürzlich eine tolle Broschüre von den Imageberatern Dr. Ratschläger und Partner gelesen, mit denen er nun kurzerhand einen Termin macht. Dr. Ratschläger hat sofort eine Idee und macht PETA Mut. Passen Sie auf. Die Sache ist ganz einfach. Sie fragen ab sofort immer sämtliche Mitarbeiter nach ihrer Meinung, sind zu allen Libo nett, profieren jeden nach Strich und Faden und nicken immer schön zu allen Vorschlägen. Dann wird sich die Kritik an ihnen schnell in Luft auflösen. Keiner wird sie mehr als Hardliner wahrnehmen. Gesagt, getan. PETA setzt all die tollen Tipps und Tricks von Dr. Ratschläger konsequent um und schmiert seinen Mitarbeitern immer schön Honig um den Bart. Und siehe da, keiner beschwert sich mehr über PETA und dessen harte Hand. Eigentlich toll. Aber glücklich ist PETA damit trotzdem nicht. Er muss sich ganz schön verbiegen. Und irgendwie hat er so ein dumpfes Gefühl, auch etwas Wertvolles verloren zu haben. Da erzählt ein Kollege PETA von einem Coach. Speziell für Führungskräfte, der mit einem ganz anderen Ansatz arbeitet. Einem, bei dem PETA überhaupt nichts wegtrainieren muss. Super, denkt PETA, den schaue ich mir mal genauer an. PETA trifft sich also mit dem Coach. Der erklärt ihm einen sehr viel konstruktiveren Weg als den Wegtrainier-Verbiege-Ansatz von Dr. Ratschläger. Der Coach beschreibt PETA den sogenannten polaren Ansatz. Alles hat zwei Seiten. Der historisch gesehen viele geistige Väter hat. Das Modell, mit dem der Coach in diesem Zusammenhang arbeitet, nennt er Selbstentwicklungsquadrat. Wie kann dieses Modell nun PETA helfen? Ganz einfach. Das Modell hat zunächst eine außerordentlich gute Nachricht zu bieten. In jeder Schwäche, in jedem Stolperstein steckt im Grundsatz eine Stärke oder eine Tugend. Aha, also auch in Peters dominantem, direktiven und autoritärem Verhalten? Genau. Im Kern ist PETA nämlich auch sehr präsent, zielführend und führungsstark. Findet er selbst ja auch. Aber PETA übertreibt diese Stärken deutlich und dadurch werden sie zu einem Stolperstein. Wie zum Beispiel bei Heilkräutern. In der richtigen Menge, äußerst gesundheitsfördernd, 25 Kilo davon täglich, wären extrem ungesund. Die Dosis macht das Gift, wie man so schön sagt. Statt also mit viel Disziplin den Stolperstein wegzutrainieren, empfiehlt der Coach PETA einen völlig anderen Weg. Er soll sich zunächst einmal die Stärken in seinem Stolperstein sehr bewusst machen. Und dann eine neue, zusätzliche Stärke entwickeln, die seinen Ursprungsstärken im positiven Sinne ein Gegengewicht verleiht. Also eine Art Konterstärke. In Peters Fall also müsste das etwas sein, das seinen Stärken, sehr präsent, zielführend und führungsstark zu sein, ein wiederum positives Gegengewicht verleiht. Was könnte das sein? Genau. Peter könnte in anderen Situationen, zum Beispiel bei Entscheidungen, die ausreichend zeitlichen Vorlauf haben und bei denen weitere Perspektiven wertvoll wären, die Betroffenen zu Beteiligten machen und sie mitverantwortlich einbinden. Oder gar eine Entscheidung vollständig in sein Team hineindelegieren. Peter könnte also zusätzlich einen raumgebenden, zieloffenen, kooperativ-partizipativen Führungsstil für sich entwickeln. Er könnte diese beiden sich ergänzenden Pole, seine Stärke und die neue Konterstärke, situativ, das heißt der Situation, den handelnden Personen und dem Kontext angemessen, gezielt zum Einsatz bringen. Es geht also überhaupt nicht um ein Entweder-oder, sondern um die Entwicklung eines Ausbalancierten sowohl als auch. Denn würde Peter seine neue Stärke auch wieder übertreiben, würde sie abermals zu einem Stolperstein werden. Er würde plötzlich schüchtern, richtungslos und meinungslos wirken. Naja, wie das berühmte Weichei halt. Und hier wird es für Peter so richtig spannend. Dieses Feld wird nämlich Allergie oder auch Schattenfeld genannt. Weshalb? Weil man, je nachdem wie stark man in seinem eigenen Stolperstein steckt, umso allergischer auf Personen mit solchen Eigenschaften reagiert. Peter findet zum Beispiel Luschen ohne Rückgrat auch absolut unerträglich. Eigentlich könnte er sich seine Feinde sogar zunutze machen. Es sind nämlich wertvolle Trainer bei der Entwicklung seiner neuen Konterstärke. Würde Peter sich nur eine Scheibe von deren Verhalten abschneiden, würde ihm das bei der Entwicklung der für ihn so erstrebenswerten Konterstärke sehr helfen. Noch ein zweites Beispiel. Dies ist Gisela. Sie bekommt immer wieder zu hören, sie sei bei der Arbeit zu akribisch und perfektionistisch. Die diesem Stolperstein innewohnende Stärke ist natürlich, dass sie sorgfältig und anspruchsvoll mit viel Liebe zum Detail arbeitet. Das Gegengewicht in Form der zu entwickelnden Konterstärke wäre für Gisela, in passenden Situationen auch mal fünfe gerade sein lassen zu können und fehlertoleranter zu sein. Und das hat überhaupt nichts mit einem schlampigen oder gleichgültigen Arbeitsstil zu tun. Denn das wäre ja erst der negative Fall bei wiederum deutlich übertriebener Ausprägung. Im übrigen Eigenschaften, die Gisela bei anderen auf den Tod nicht leiden kann. Das ist für sie der klare Indikator dafür, dass sie sich ebenfalls nicht mehr im Bereich ihrer Stärken bewegt, sondern im Bereich der Übertreibung, eines Stolpersteins. Ist die neue, zur entwickelnde Konterstärke klar identifiziert, ist natürlich noch genau zu planen, wie diese positive Eigenschaft durch ganz spezifische Maßnahmen und explizites Verhalten konkret im Arbeitsalltag etabliert werden kann. So lebt Peter durch die Reflexionshilfe des Coaches mit einem völlig neu entwickelten Selbstverständnis zu seinem Stolperstein und einem entsprechend erweiterten Verhaltensspektrum authentisch und zufrieden bis ans Ende seiner Karriere Tage. Sind wir nicht alle ein bisschen Peter oder Gisela, Christiane, Michael? Übrigens, der Coach und seine Kollegen von Covadis sind Spezialisten für systemische Führungskräfte und Unternehmensentwicklung mit Tiefenwirkung und unterstützen selbstverständlich nicht nur Peter. Vielen Dank.